Bonjour Monsieur, Madame, Freunde der Nacht. Herzlich Willkommen auf meinem Rostig und eine Freitag, jetzt geht's weiter mit Sink Nui avec Harem. Die fünfte Nacht, die ominöse fünfte Nacht. Ich bin sowas von gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich lass ihn mal labern. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht danach, wenn wir das erleben werden und noch eine sechste Nacht gibt, bitte nicht. Aber wenn du es sechste Nacht gibt, bitte nicht. Attends? Ich muss mich erst mal reinsteigern. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. So, dann lass die Spiele mal beginnen. Es ist halt sowas von komplex. Man muss den Nebel machen. Hier muss man die Kameras ausschalten. Links unten war er. Habt ihr gesehen? Was war das? Was war das für ein riesen Baby? Ah! Teletubbie! Merde! Oh, Jesus! was ist es? niemand kommt hallo 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 wieso? oh ich bin schon ganz fix fertig hier oh 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 Teletubbie kommt Teletubbie 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 hab ich nicht verpasst shit komm doch du Arsch wo ist die Teletubbie? muss ja so schnell sein weil wenn man die Energie macht Kameras ausschalten Teletubbie ohhh bin jetzt schon völlig am Ende am Ende am Ende meiner Kräfte Leute am Ende am Ende am Ende fix 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 und die Zeit geht halt so langsam rum oh oh das Riesenbaby kommt oh shit damn ich meine ich liebe ja dieses Spiel I love the game aber nochmal eine sechste Nacht ohhh auf das könnte ich eigentlich gern verzichten weil irgendwann irgendwann muss nochmal Schluss sein und danach bin ich ja wirklich am Ende meiner Kräfte jetzt kommt er und der ist auch so hartnäckig Arschloch ufff zu früh jetzt lief's grad so gut so eine Scheiße war ich grad so gut drin war ich grad so gut drin oh die Leute hab ich noch gar nicht gesehen aber schöne Kameras und so wie gesagt die Spiels ist schon cool gemacht oder oder was meint ihr es gibt ja einige die sogar in die Kommentare was schreiben der das Spielchen gefällt nur es könnten ein paar mehr sein die sich das anschauen wär ja nicht schlecht ne ich geb mir so mühe und irgendwie aber es ist mir fehlt die Resonanz irgendwie und es gibt mir ein bisschen zu denken Leute ja weil es macht halt alles viel Arbeit und nimmt auch ein bisschen Zeit sehr viel Zeit in Anspruch sehr viel Zeit in Anspruch obwohl das einzige was ich hab ist Zeit aber wenn man dann sieht dass nur ein paar Leute sich das anschauen dann fragt man sich was macht man falsch Schnauze du kommst hier nicht rein nein 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 heute bleibt ja alle draußen Mann, 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 Mann ich hab gewusst das ist der Hartnäckigste der wo der hier links im Eckalz kommt der bleibt nämlich immer ewig lange da stehen und das ist nicht gut und das ist nicht gut nicht gut für Rosty Mann ich bin der 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 Rosty Mann Jeanette, Baguette, mon dieu. Und den Linken, den sieht man halt kaum. Wenn er kommt. Das ist ja auch ein Problem, ne? The Golden Freddy. Shit. Viel zu tun, viel zu tun. Immer dieser Arbeit hier. Immer dieser Stress. Immer dieser Stress. Don't cry, Rusty Man. Ja, ich könnte schon wieder losheulen, Leute. Das regt mich auf, dass ich da vorhin... ...krepiert bin. Krepi... Jetzt kommt er. Ja, krepier doch, du Drecksau. Also das ist wirklich... ...das Schlimmste von allen. Ich hatte immer schlecht einzuschätzen, wie lange man jetzt diese Maske auf... ...ääh, den Nebel anlassen soll. Ist ja Nebel. Sollts darstellen. Nebel. What the fuck? Weil man sieht ja nichts. Ist er weg, ist er da, ist er weg, ist er da, ne? Fly away. The Taylor Dobby is coming. The Taylor Dobby is going. Out of hell. I can't remember. Right, left, right, left, right, left. Hat man jemand verpasst? Nein, 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 nein. Noch ist... Jetzt kommt jetzt gar keiner mehr oder was? Oh, Merde. So ein kleines Büttel... Oh, jetzt hab ich... Jetzt weiß ich mal, wo meine Maske ist. No! Where is the mask? Ah! Help! Oh! Shit! Where is the mask? Ah! Ich find's nicht mehr! Ah! Shit! No! Oh! Oh, fuck you! Bitch! Sorry. Maaan! Oh no! Not again! Ich hab die scheiß Maske nicht mehr gefunden. Ich hab die Maske nicht wieder gefunden. Und ich dachte so einfach. Ich bin so dumm. Es lief jetzt so gut. Es lief jetzt wirklich so gut. I'm so silly. Ich lass es spielen, echt. Ah, shit. Ich könnte mir grad in die Fresse hauen, Leute. Oh, draußen fahrt schon wieder die Nahezunft rum. Immer wenn ich aufnehme, müsste draußen hier die Nahezunft rumfahren. Das gibt's aber wohl nicht. Moment. Sorry. Was? Das ist aber jetzt ein komischer Ablauf. Das ist ein ganz anderer Rhythmus jetzt. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ich hab mich so auf den anderen eingestellt. Oh, shit. Oh, shit, echt. Es war schon, glaub ich, 5 Uhr, oder? Ich bin so silly. Ich bin der Vollhung, Freunde. Aber spiel so lang, bis ich diese Nacht durch hab. Mir egal. Das war aber knapp. Das war knapp. Derkin. Wer kommt jetzt? Oh, maaaannn! Wut? Ich könnte mir sowas von den Arsch fiveys train und leute. Aber sowas von Diese scheiß Energie Die geht mir auch noch auf den Sack Und sorry vorhin, dass ich geschrien habe Aber ich musste jetzt einfach mal raus Ist schon nur menschlich, oder? Wenn man so Wenn man so im Spiel drin ist Dann muss man halt auch mal ein paar Emotionen loswerden My emotions Es müsste eigentlich gleich hier dieser Dieser Arsch hier kommen Den, genau den meine ich Der geht mir sowas von auf den Keks Das erste Mal verkackt Beim zweiten Mal Total Dumm verkackt Es läuft heute noch nicht so richtig Mist, Mist, Mist Dieser Scheiß hier echt Warum mache ich das eigentlich Warum mache ich das eigentlich? Was ist los? Keiner Lust Klar, ich könnte es auch irgendwie schneiden Aber erstens mal ist mir das noch mehr Arbeit Und zweitens mal bin ich da nicht so fit drin Und drittens mag ich das nicht Wenn man Sachen zusammenschneidet Weil wenn, dann will ich das uncut sehen Live and loud Ah, die Zeit geht so langsam rum Ah, ich will nicht mehr Ich mag nicht mehr Vom Draustenwalde komme ich her Sagen euch, ich mag nicht mehr Vor allem kann ich ja nicht mehr Ich will nämlich fix in alle Ah, komm, gib mir jetzt eine Chance, du Arsch Oh, wie viel denn noch? Jetzt kriege ich aber eher voll die Krise Leute Mann, Mann, Mann Rusty, komm Come on, Rusty man Du Vollpfosten Streng dich an Buh Du Du Mir hüpft gleich das Ding aus der Hose Ich sag's euch Geh das Klappmesser auf Piss auf so die energie müsste lang für diese stunde mehr gibt es nicht hallo mach jetzt 6 uhr sonst kann ich nicht mehr garland war für ihn vor Un jour, le délices des Tacos et Uber. Allez, amuse-vois-vous. Tous les manegés seront Uber. L'attraction s'appelait Autrefeu, Harem, Pizzas. What? I don't understand anything. Pizza. I don't understand pizza. Nice. Nein, es gibt eine sechste Nacht. Es gibt eine sechste Nacht. Nein. Es nimmt kein Ende, Leute. Ich geh mal in die Extras. Oh, Citroën. Wer gibt's da noch? Benny. Poe. Ah, Poe war das. Tillas. Ada Miner. Zombie. Golden Freddy. Betty Meux. Oh, ich glaub, der kommt aber erst dann in der sechsten Nacht. Fantasin? What? Ah, ähm. Chomsky? Uh. Punkt. Nice. Retour. Retour. Ah. Leute, diese sechste Nacht wird's erst in einem weiteren Part geben. Auf das habe ich jetzt echt keine Nerven mehr. Es tut mir ja so leid, dass es sich so lange rauszögert, aber... Eine Nacht zu verstehen, man darf halt nicht den geringsten Fehler machen. Ich hoffe, ihr bleibt noch dabei. Oder bleibt dran. Das war auf jeden Fall die fünfte Nacht von Sink Nui. Avec Rem. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei euch für's Zusehen. Nochmal sorry für den kleinen Ausrast da vorhin. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Über ein Like würde mich sehr freuen. Schreibt mir was Schönes in die Kommentare. Wieso heißt es so schön? Interaktion auf dem Kanal fördert das Motivation oder Selbstvertrauen und die Spaß an der Freude und überhaupt. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rostiker-Kanal. Bis dahin, genießt das Leben. Enjoy the life of the fast miteinander. Merci beaucoup. Das war Sink Nui. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ich sage Tschö mit dir. Und Fingerdiakroz. Euer Rostiker, Redner. Au revoir. Merci und say goodbye. Enjoy life, my friends. I love you. To Rossiman. Goodbye.